Wir halten soweit die Position. 2-1 ist auf dem Spur. Könntet ihr unseren Medic wieder zur Position schicken? Medic ist bei 2-7. Oh, die Angriffschale gerade. Okay, dann jetzt aufgemerkt. Wir werden jetzt überschlagend, oder mindestens raupenartig, einen Anvorstoßwagen auf den Kreuzungsbereich. Dabei wird 2-1 Sicherungspositionen aufbauen. Vergiss es einfach. 2-1, 2-6. Wie kaputt seid ihr? Ich bin beschädigt, der Riss. Klär das und lass dich flicken. Wir haben alle Bereitschaft. 2-6. Ende.